blicken wir nun auf die aktien news der woche was war letzte woche los was ist passiert es gab einiges an bewegungen kann man so sagen wir fangen an mit gamestop also alle die mal wieder zocken wollen die viel aufregung markt haben wollen die sollten sich mal wieder die gamestop aktie angucken es ist nämlich wieder viel los hier man hat gesehen es gab ja längere zeit nicht viel bewegung dann gab es hier schon mal um den mai rum diesen ersten hoch diesen ersten das dieses erste impuls diese ersten impulse die wieder aufkommen dieser meme stock aktien eigentlich gekommen sind mehr oder weniger waren das hier in dem fall auch reddit posts die das ganze nach oben befeuert haben und man sieht danach hat sich wieder ein paar tage leicht beruhigt bis es dann wieder los ging insbesondere jetzt am wochenende was war diesmal der auslöser ja es war wieder ein reddit post kann man so sagen in dem fall war kam er von roaring kitty oder ja wie er sich auch in vielerlei hinsicht nennt der youtuber der damals schon den gamestop hype eigentlich befeuert und ausgelöst hat er hat seine eigenen positionen öffentlich gemacht rund um die gamestop aktie und man sieht ganz gut was hier aktuell an preisen drin steckt die auch hier er hier eingesetzt hat also 175 millionen hat er in verschiedenen formen in die gamestop aktie investiert in form von gamestop aktien in fünf millionen stücken oder auch in call option also er ist aktiv am markt er glaubt quasi an einen nächsten impuls hier auch der aktie und das ist so ein bisschen das was natürlich auch die euphorie ausgelöst hat die aktie war im kern dann 70 prozent zwischendurch im plus ist dann wieder deutlich zurückgekommen wir sehen es auch hier schon mal gucken wie es heute so weitergeht allerdings ja bleibt es dort weiter spannend wo es auch gut gelaufen ist ist bei gap und übercrombie fit und fit wir haben glaube ich dass in der letzten woche schon mal angedeutet und man sieht ganz gut dass die konsumlaune hier bei den einzelhändlern aktuell wieder positiv ist oder wieder positive impulse durchkommen zumindest in form von gap wir sehen ja eigentlich eine relativ schöne w formation die sich abgebildet hat mit einem ausbruch hier nach oben durch die letzten quartalszahlen man hängt jetzt ja auf diesem hohen niveau von 26 26 50 das gilt es am ende wieder zu durchbrechen und man tut sich da aktuell noch schwer das sieht man gerade an dieser kerze die hier oben aktiv ist allerdings ist dieses positive konsumklima ja nicht nur vereinzelt bei gap zu sehen sondern in dem fall auch bei abercrombie und fit auch wenn sich das muster hier ein bisschen anders andeutet denn die aktie er performt seit längerem eigentlich sehr sehr positiv leichten rücksetzer gab es hier auch hier positive quartalszahlen das heißt auch hier das konsumklima weiter positiv oder positiv wer kann man so sagen und ebenfalls weiter positiv auch bei dicks dicks sporting goods in dem falle ich gehe noch mal zurück zu unserer übersichts folie und dort kann man das nämlich ganz gut sehen neben dicks und birkenstock neben dicks ist auch birkenstock nämlich wieder ja mit positiven zahlen an den markt gekommen und das szenario ist bei allen an eigentlich gleich also alle verkaufen wieder mehr verkaufen auch mehr sportware die ergebnisse lagen über den erwartungen auch die prognosen sind alle positiv also dass das zieht sich hin also man sieht hier oben die prognosen für er bekommen für für gap für das geschäftsjahr positiv über den erwartungen für birkenstock in einem positiven geschäftsjahr mit einem positiven ausblick und auch für dicks sporting kurz mit über den erwartungen liegenden quartals ergebnissen also man sieht hier der konsum und insbesondere der klamotten konsum der ist aktuell weiter positiv zumindest bei diesen unternehmen hier und das zeigt sich wie gesagt in allen drei kursen die noch mal kurz zurück zurück zu dicks die ja schon das ein oder andere mal hier wirklich für impulse im markt gesorgt haben man sieht diesen positiven aufwärtstrend der sich jetzt noch mal weiter verstärkt hat trotz diesem positiven impuls ist übrigens der macd noch weiter negativ nur der si geht wieder in den leicht überkauften bereich hier über und das liegt einfach daran dass man natürlich vorher schon mal diesen einen oder anderen positiven impuls bekommen hat also die konsumlaune in dem sektor ist weiter positiv da zeigt sich noch keine abflachende us-wirtschaft anders so ein bisschen was das thema draft kings also das thema wetten betrifft und das liegt einfach daran dass der staat sich gedacht hat ja wir haben ja sportwetten in gewisser weise legalisiert und in gewisser weise auch der masse zugänglich gemacht jetzt ist die beliebtheit da und nun wurden die steuern erhöht kann man so sagen und erhöhte steuern treffen natürlich am ende den konsum und auch dann die aktie in dem falle sieht man dass hier bei draft kings die ja relativ frisch noch an der börse sind in den 2020ern im jahr 2020 hier an die börse gegangen sind und man sieht ja auch den deutlichen rückgang dann auf kommen wieder ein positives momentum auch des klimas rund um das thema sportwetten dann sieht man hier ist ja wieder so diese untertassen formation die sich aktuell abbildet allerdings sieht man hier unten auch diese letzte kerze die aktuell durch den gleitenden durchschnitt durchbrochen ist nach unten also auch hier ist wieder abzuwarten wo stoppt das ganze sehen wir hier wirklich einen stoppunkt damit diese formation dann auch wirklich sich positiv entfaltet oder hat sie doch diesen negativen effekt sofern ja man hier keinen wirkliche konsolidierungspunkt oder keine trendwende erkennen kann aktuell sieht das noch nicht so aus wie sagt der macd hier negativ und auch der rsi das heißt da gilt es weiter eher abzuwarten wir gucken noch mal auf american airlines und an der stelle muss man sagen ist das thema gewinn prognosen und abwarten oder wie man das einschätzt natürlich am ende immer eure entscheidungen und eure sache aber grundsätzlich zeigt sich jedoch schon ein muster auch bei american airlines und zwar ein muster dass man so richtig nicht weiß wie man sein eigenes geschäft gut einschätzen kann also die bewegungen sind jedoch relativ deutlich man sieht das hier mal im wochenchart jetzt seit dem jahr 2020 eigentlich zeigt sich auch hier so ein negativer trendkanal ein aus dem man mal immer wieder positiv oder negativ nach unten hin und her wandert aber der kanal wird doch enger und so langsam zeichnet sich auch hier wieder eine deutlichere ausbruch ab und so muss man bei american airlines eigentlich sagen ja mal gibt es positive impulse weil doch vieles besser sein soll als gedacht dann wieder negative impulse weil man das geschäftsgeschehen scheinbar doch nicht so gut einschätzen kann und das ist auch jetzt wieder der fall also gewinn prognosen gesenkt preissetzungsmacht scheint man nicht so stark zu haben wie gedacht und die gewinn prognosen hat man angepasst und dementsprechend haben die analysten auch hier ihr ziel angepasst ähnlich schlecht lief es übrigens auch bei salesforce auch da haben wir letzte woche drauf geguckt und das ist ein ganz gutes beispiel für diese untertassen formation in diesem fall also man sieht ganz gut wie sich eigentlich hier relativ schön ausgebildet hat aber auch hier noch keinen endpunkt gefunden hat also noch keinen konsolidierungspunkt so richtig gefunden hat auch wenn er sich angedeutet hat und so muss man sagen haben die quartalszahlen dann aber den ausbruch nicht nach oben sondern nach unten beschert und zwar in der hinsicht dass man ja das langsamste wachstum seit langer zeit zeigen konnte das heißt wenig ausgaben bei unternehmen die diese software von salesforce aktuell bei sich integrieren oder die wartung rund um das thema software hier brauchen die prognose war verhalten und man muss sagen es war das erste mal seit langer zeit dass man auch seine umsatz angaben oder erwartungen nicht erreicht hat und wenn man sonst immer relativ positiv performt dann ist der schlag dann oftmals umso härter das heißt minus 20 prozent für sales was doch relativ dominant ist und auch bei ui pass lief es nicht lief es nicht gut das zeigt mal wieder dass nicht alles gut ist wo ki dran steht in dem falle geht es hier um automatisierungssoftware auch mit lösungen rund um das thema künstliche intelligenz und hier muss man sagen ist ebenfalls ein wirtschaftliches thema der hauptgrund für den abfall der aktie der hatte noch nie einen guten trend seit dem börsengang muss man sagen allerdings ja hat er sich auch weiterhin jetzt negativ manifestiert auch wenn es mal zwischendurch ganz oder positivere news gab jetzt gibt es den rücktritt des CEOs weniger nachfrage nach den produkten und auch einfach so ein generelles problem die produkte wirklich an den mann zu bringen und auch nachhaltig bei den kunden zu platzieren zuletzt haben wir noch hp und über hp haben wir auch letzte woche gesprochen und das ist der abschluss mit den positiven news kann man so ein bisschen sagen und da gehe ich noch mal kurz zu dem chart der letzten woche denn er hatte sich ja mal wieder der versuch angedeutet die aus dieser seitwärtsphase aus der konsolidierungsphase auszubrechen dreimal versucht dreimal eigentlich dran gescheitert jetzt der neue versuch mit den quartalszahlen der dann auch wirklich mal geglückt ist die aktie ist 17 prozent nach oben geschossen auf ein niveau über den alten allzeithoch wie man es hier gesehen hat aus dem jahr 2022 ist dann ja wieder zurückgekommen hat dann doch wieder den schritt in diesen bereich gefunden aber über der dieser seitwärtsphase und grundsätzlich ist auch hier das thema chip und ki industrie der ja der hauptfokus und in dem fall aber positiv weil man halt sagen muss dass neben diesen segmenten einfach auch das thema kai gesteuerte pc ist und kai gesteuerte personal pc ist also für den privat konsumenten aufkommt und zwar so aufkommt dass es positiver wahrgenommen wird die nachfrage je höher ist und das freut natürlich am ende die anleger wenn man auch ein produkt hat das in der modernen zeit nachfrage befriedigt dementsprechend die aktie hier ein ganzes stück nach oben ja und das war es so ein bisschen an den aktien news der letzten wochen von